Taglio Caminati da Conti Brambilla war ein italienischer Schauspieler, Leben. Caminati verbrachte seine Kindheit und Jugend in Dalmatien und debütierte als Schauspieler 1911 in der Formation von Alfredo de Sanctis. Bereits im Jahr darauf war er bei Amit Novelli unter Vertrag, wo der stattlich wirkende elegante, attraktive Darsteller zum jugendlichen Helden reifte. Welche Rolle er bei den anschließenden Engagements bei der Compagnie Stabile del Teatro Manzoni neben Tina Di Lorenzo und Armando Falcone unter der Leitung von Marco Praga ausfüllte. 1921 spielte er zunächst mit Alda Borelli und dann mit Eleonora Duse in deren Kompanie. Weitere Aufführungen folgten mit Teresa Francini und Lina Triceri. 1912 spielte Caminati seine erste Filmrolle für die Turiner Savoyer Filmunterregisseur Alfredo de Antoni war er in Il Patio di Margherita da Cortona zu sehen. Ein zweijähriger Vertrag mit Arturo Ambrosio folgte und Caminati trat für Produktionen der Monopol und der Tiber vor die Kameras. Kultiviert und sentimental waren seine Interpretationen in Filmen von Carlo Campo Gelinei, Giuseppe Pinto und Augusto Genina. 1924 ging Caminati zunächst nach Deutschland, 1926 in die Vereinigten Staaten, wo der perfekt Englisch-Sprechende-Darsteller bis 1934 auf der Bühne und im Film zu sehen war. Nach einer kurzen Rückkehr nach Italien hielt er sich ein 1937-38 in England auf. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges lebte er wieder und endgültig in seinem Heimatland, wo er seine Bühnenlaufbahn wieder aufnahm und im Kino regelmäßig in weiteren Filmen oftmals Co-Produktionen mit englischsprachigen Ländern auftrat. Aus seinen Theaterarbeiten ragen dabei die thematisch verwandten Rollen unter Roberto Rossellini in Giovanna da Coelrogo im Teatro San Carlo in Neapel 1953 und George Bernhard schoss die heilige Johanna unter Franco Enriques zwei Jahre später heraus. Einige Prestigeproduktionen Hollywoods runden sein Film schaffen ab. Filmografie 1912 Il Batio di Margherita da Cortona 1924 Mensch gegen Mensch 1934 Das leuchtende Ziel 1946 Rom in Flammen 1948 Die Karthause von Parma 1950 Der Pakt mit dem Teufel 1952 Vom Landpfarrer zum Papst 1953 Ein Herz und eine Krone 1963 1963 Der Kardinal Der Kardinal Der Kardinal Der Kardinal Der Kardinal Vielen Dank.